hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge meines europa let's plays und wie versprochen habe ich heute neue städte angeschlossen und zwar kalmar stockholm goetheburg und oslo das erstmal dazu und ich werde jetzt auch versuchen wieder mehr hier anzuschließen mit zügen ich gehe mal durch hier das wäre schöne gerade linie hier vorbei nach arlburg aber doch nicht schlecht pause button gedrückt so jetzt geht es weiter so muss ich hier natürlich erstmal noch den hauptbahnhof hinbekommen so das ist ein bisschen unförmig aber egal hier dürfen sie auswählen da geht es nicht raus hier geht es nicht rein das ganze hauptbahnhof dann eine neue linie und zwar die vom rathaus zum hauptbahnhof so da lass ich lass ich jetzt gleich ne das lass ich immer noch aber die zugverbindung so so jetzt hier lang so jetzt natürlich hier wieder verflixt die die auswahlsignale wieder hin weil es wieder zweigleisig sein muss so so hier das fix mal weg zack hier müssen wir natürlich jetzt eine brücke hin und so so muss das jetzt erstmal passen was solls zack zack jetzt bin ich hier erstmal kutschen draufzusetzen nein das nicht den meine ich zack zack und natürlich auch post so auch hier gibt es eine neue zugverbindung zwischen Alburg und und fp3 Hamburg Hbf Aal Burg Hbf so darauf natürlich jetzt wieder den zug setzen stopp jetzt kurz nochmal schauen wo der jetzt hinfährt Aalburg soll er natürlich nicht ich meine natürlich Hamburg und hier muss ich noch meine 75.1 einstellen das habe ich jetzt klack vergessen so und natürlich die Busverbindung zwischen Hamburg Aalburg muss natürlich auch aufgelöst werden Hamburg 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 da haben wir es alle ausmustern und ich kann ja mal runter scrollen nach Wien Zürich das ist weg also Linie löschen der Zug ist noch nicht einmal gefahren aber ich denke mal das wird so er hat auch gleich 70% ist das schon mal nett das nächste wäre dann hier rüber nach Kopenhagen könnte ich jetzt hier vielleicht schon den Hauptbahnhof bauen aber wir sind schon wieder so sehr im Minus deswegen lasse ich das jetzt erstmal so laufen gut machen wir mal hier wieder vorlauf so da haben wir den Zug nach Zürich hier immer noch 272 Säcke passt alter Schwede ja gut lassen wir den mal vorwärts laufen hier so und wie viel macht er? 4000 und fährt gleich wieder zurück so muss das sein ja dann hätten wir die Verbindung doch auch geschafft die Marge hängt immer noch bei 400% aber das sollte eigentlich ganz gut funktionieren jetzt mittlerweile ja 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 Ja, das wäre relativ billig hier, Warschau-DB-Zentral-Warnhof anzuschließen. Ja, ich denke mal, das sieht ganz positiv aus. Ich lasse es trotzdem erstmal ein bisschen laufen, um wieder mal ein bisschen im Positiven zu sein. Immer so an der Kante des Machbaren zu bauen, ist auch immer so ein bisschen problematisch. Wir haben diesen Monat schon weniger ausgegeben als letzten, das soll auch so bleiben. Wenn ich Kopenhagen noch angeschlossen habe, kann ich diesen Teil des Bahnhofs zurückbauen. Denn dann fährt er nur noch Rathaus, Hauptbahnhof, Kutschen bzw. Busse hin und her. So, dann fährt er los. Den verfolgen wir mal, das ist heute mal eine Verfolgungsjagd von den Zügen. Ich spule mal ein bisschen vor. Und zweieinhalbtausend. Ich denke mal, das wird mit der Zeit. Die Busse sind hier eigentlich schon weg von Hamburg-Aaldorf. Ja. Dann lösche ich die Linie. Wir sind doch über 5% jetzt. Das hört sich und zieht sich doch ganz gut an. Ähm. Ja. In der nächsten Folge muss ich doch mal schauen, was so hier an Erweiterungen alles da ist. Beziehungsweise brennt Warschau langsam hier auf den Nägeln für den Hauptbahnhof. Und ja, das wird so Thema nächste Folge, denke ich mal, Warschau Hauptbahnhof und die Anbindung an die Zugstrecke nach DB Zentral. Und ich denke mal, damit habe ich dann schon hier einen großen Teil getan. In diesem Sinne, bis denn dann, euer Aprisos.